In Äthiopien haben wir die besten Cafés der Welt gefunden. In den Waldgärten von Ilketuncu wächst kein gezüchteter Plantagencafé. Hier findet man noch wild wachsende Kaffeepflanzen, verbunden mit einer jahrtausende alten Tradition. In Ilketuncu ist gerade Erntezeit und wir haben die Möglichkeit uns anzusehen, wie der Kaffee angebaut und verarbeitet wird. Unser Partner TechnoServe ist eine NGO, die den Bauern hilft Kaffee besser anzubauen und auch zu verarbeiten. Wir haben Muata durch seine Arbeit bei TechnoServe kennengelernt. Als studierter Agrarwissenschaftler und zertifizierte Kaffee Grater, das heißt Kaffee Kapper, hat er eine unglaubliche Erfahrung. Die Kaffee sind die Kaffee aus dem Herzen und sie hierher. Kaffee Kaffee ist wie andere Fruiten. Das ist die Haut, das ist die Pulp. Die Pulp ist zusammen mit der Musiläge. Hier ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Das ist ein Kaffee. Nachdem das Kaffee ist ein Kaffee. Aber die Hauptsache der Kaffee ist, dass wir die Musiläge und die Kaffee entfernen. Das ist die Pulp. Das ist die Pulp. Das ist die Pulp, zusammen mit der Musiläge. Die Maschine entfernt diese Kaffee. Dann bekommen wir den Kaffee Kaffee. Das ist die Kaffee Kaffee. Ja, das ist die Kaffee Kaffee. Wenn es getrennt, sieht es wie das. Die nächste Kaffee, wie ich erwähnt, ist die Kaffee Kaffee, die in der Green ist. Aber das ist in zwei Bereichen. Das ist die Kaffee Kaffee Kaffee. Das ist die Kaffee Kaffee. Das ist die Kaffee Kaffee Kaffee. Das ist die Kaffee Kaffee. Das ist die Kaffee Kaffee Kaffee. Das sind die Kaffee 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 Kaffee. Ja. Unsere Vision ist es, den Kreis zwischen euch und den Bauern zu schließen. Wir arbeiten jetzt seit drei Jahren mit den Bauern von Ilke Tunjung. Das Leben der Menschen hier hat sich deutlich verbessert. Und die diesjährige Ernte ist die beste, die es jemals gab. Zusammen mit uns sind die Bauern motiviert, nächstes Jahr die Kaffee Qualität noch weiter zu steigern. Das ist der Kaffee 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 Kaff Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.